Komm schon, Roberta! Zeit fürs Klettern, Roberta! Du bist die Beste, bitte! Zeig, was du drauf hast! Was geht, Leute? Mein Name ist Danny! Willkommen zurück zu meinem Video. Ich bin wieder DuckLive. Und heute werden wir lernen, wie man klettert. Denn beim letzten Mal haben wir gelernt, wie man fliegt. Beim vorletzten Mal was schwimmen. Und beim vorletzten Mal was laufen. Was ja das Normalste von allem ist eigentlich. Aber heute werden wir klettern lernen. Und ganz ehrlich, Enten fliegen, ja okay. Enten schwimmen, ja okay. Enten gehen, ja okay. Aber Enten klettern, nein! Wieso? Okay, wie auch immer. In diesem Spiel ist alles möglich. Deswegen willkommen beim Klettertraining. Verbessere deine Kletterskills hier. Und das werden wir auch tun. Deswegen gehen wir einfach mal rein. Und nehmen natürlich Roberta, weil, äh, hier. Donald ist eigentlich voll unnötig. Ah, jetzt haben wir 3 gelächterer Stunde. Und ich lade mehr DuckLive hoch. Also viel Spaß. Part 1, Geschwindigkeit. Ihr müsst nach oben drücken, um die Leiter zu klettern. Okay, okay, ich seh dich. Alles klar, so, so. Ah, wow. Einmal nur, ach so. Ah, natürlich. Okay, das ist, das ist komisch. Ich meine, es ist nicht allzu schwer. Oh shit, okay, das war gut. Kletter, kletter. Ey, das macht Spaß. Das macht wirklich viel Spaß, Leute. Ich mag diese Aufgabe, damn. Ich mag's, wenn er gleich zwei Leitern auf einmal klettert. Find ich voll geil, Leute. Komm schon, beeil dich. Ja, ich mag diese Übung. Ich mag diese sehr gerne. Aber, Leute, um das zu schaffen, also quasi um diese komplette Welt zu schaffen, werden wir hundertprozentig auch noch schwimmen und so weiter sofort verbessern müssen. Obwohl, schwimmen ja weniger, weil da sind wir Level 80. Aber andere Sachen auf jeden Fall. Part 2 Risk. Up and down keys to climb. Okay, das verstehe ich nicht. Aber wir werden's sehen. So. Ah, so können wir kurz in den... Ah. Hier können wir kurz reingehen. Ah, okay, ich seh's. Boah, Bro. Okay, das ist eine richtige Lawine, die da runterkommt. Meine Güte, also wir können's riskieren. Oder wir können's halt auch nicht riskieren. Das kommt drauf an. Damn. Okay, und ich wette, es wird immer öfter sowas passieren, oder? Ich geh mal nach Rom, ich riskier's. Okay, ich bin tot, oder? Oh mein Gott, war das knapp? War das knapp, Leute? Ich warte kurz. Was? Wir haben... Ah, wir haben nur 30 Sekunden Zeit. Verstehe. Oh, damn, damn, damn. Okay, ich verstecke mich. War das ein schlauer... Ah, Mann. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich bin tot. Use left and right arrow keys to jump between each side of the can. Okay, ah. Oh, shit, Bro. Ich seh dich. Alter Schwier, das ist geil. Das Training hier gefällt mir richtig gut, Leute. Das ist sogar einfach, oder? Das ist sogar relativ einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es macht Spaß. Es macht Spaß, hier zu trainieren, Leute. Und Spaß am Training ist eine der wichtigsten Sachen. Und dann wird man am besten. Weil zum Beispiel das Lauftraining war gar nicht spaßig. Deswegen war ich so lange in so einem niedrigen Level. Also es hat wirklich gar keinen Spaß gemacht. Oh, shit. Oh mein Gott. Okay, es wird langsam mal schneller, Leute. Das ist langsam nicht mehr normal. Damn. Oh mein Gott. Alter Schwede. Wie überlebe ich das gerade die ganze Zeit? Ich hab keinen Plan. Ich hab keinen Plan. Oh mein Gott. Okay, das ist heftig, Leute. Was hier vor sich geht. Alter Schwede. Alter Schwede. Okay, wir sind die Besten. Wir werden so ein hohes Level erreichen, Leute. Gleich mal anfangen. Meine Güte. Ich würde dir sagen, ich hab's drauf. Und ich glaube, ich hab's sogar drauf, Leute. Alter Schwede. Was geht hier vor sich? Okay, ich konzentriere mich da so hart, Leute. Wie bin ich nicht tot, by the way? Kann mir bitte jemand erklären, wie ich nicht tot bin? Oh mein Gott. Okay, warte mal. Wie bin ich nicht tot? Wie bin ich nicht tot? Nee, jetzt mal ehrlich. Wie bin ich jetzt nicht tot? Ich müsste schon längst gestorben sein, lol. Ich müsste schon längst tot sein. Nee, nee. Mal ehrlich. Okay, endlich bin ich tot. Endlich. Ich dachte mir grad so. Das kann gar nicht sein. Ich kann gar nicht so lange überleben. Okay. Okay, lasst uns das Ganze nochmal machen. Und wir sind hier erst Level 10. Wir müssen viel höheres Level erreichen. Okay, deswegen weiter geht's. Das Glattern ist hier einfach nur voll riskant. Also das Glattern ist einfach nur Glück. Weil man weiß ja nie, wann der Schnee von oben kommt. Der kommt komplett random. Deswegen er kommt jetzt. Also war es gut, dass ich in die Höhle reingegangen bin. Aber es ist so verdammt random, Leute, dass ich jetzt einfach hochgehen werde. Oh mein Gott. War das gut? War das gut? Oh mein Gott, das ist so risikohaft. Level 20 schon. Wow. Jetzt kommt unser Lieblingsspiel, Leute. Okay, Level 41. Nicht schlecht, Leute. Aber ich mach weiter. Ich hör nicht auf. Schön weitermachen, Leute. Okay, Leute. Wir sind jetzt Level 60. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das reichen wird, um zu gewinnen. Aber ich glaube, danach könnte ich es probieren. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr hoch, dass wir trotzdem nochmal reingehen müssen. Und trotzdem nochmal trainieren müssen. Und da bin ich gerade hängen geblieben. Oh mein Gott. Genauso wie mit meinem Kopf. Okay, das war gerade ein bisschen blöd. Ich habe gerade nicht so drauf geachtet. Aber... Warte mal. Hier gibt es sogar einen Shop. Oh cool. Kaufe ich sofort. Für Roberta. Oh mein Gott. Roberta sieht wunderschön aus. Wunderschön. Wunderschön. Okay, gehen wir zum ersten Typen. Mir ist so kalt, dass wenn ich gleich einen Rennen machen werde, dann werde ich zu Tode einfrieren. Willst du einen Rennen haben? Ja, gerne. Ich nehme natürlich Roberta mit ihren ultra mega geilen Stats. Oh, sie hat gar nicht so viel Energie, ne? Ich müsste ihr bald neue Energie geben, aber das sollte in Ordnung sein erstmal. Lass mal sehen. Laufen. Oh. What? What? Das meine ich. Ist das dein Ernst? Das war der erste Gegner und schon so verkackt? Das kann nur ein Scherz sein, oder? Oh nein. Okay, lass uns weiter trainieren gehen. Verdammt. Ich glaube, wir müssen aber nur ein bisschen trainieren, Leute. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt so hardcore heftig viel trainieren müssen. Na, bin ich schneller? Wieso habe ich das Gefühl, ich bin schneller geworden? Oder kommt es wieder so vor? Wahrscheinlich kommt es wieder so vor, lol. Ich hoffe wirklich, dass der Typ, gegen den wir verloren haben, der Beste von den ganzen Leuten da war, von den ganzen Enden. Weil das Ding ist, Leute, wenn wir schon gegen den verloren haben, und er der Schlechteste wäre, dann hätten wir ein ganz großes Problem, ehrlich gesagt. Aber ich denke nicht, dass er das Schlechteste war. Ich glaube, er war einer der Besten. Weil ich meine, unser Level war schon ziemlich hoch und er war trotzdem schneller als wir. Aber wie gesagt, ich glaube, er war einer der Besten. Also da hatten wir halt einfach Pech. Aber, ja, dann trainieren wir halt ein bisschen früher. Trainieren hätten wir so oder so müssen. Und ich dachte, das Erste, dann gewinnen wir wenigstens. Aber, ja. Haben wir leider nicht. Schade. Cool Level 72. Wow, das sieht gut aus, Leute. Level 72 sieht sehr gut aus. Ah, da müsste ich mal überlegen. Okay, feucht. Was? Ich war doch im Loch. Oder nicht? Okay, wahrscheinlich nicht. Was zum Teufel ist da geschehen? Level 77, komm schon. Leute, jetzt reicht es mir. Okay, gehen wir zum Schwarzen erstmal. Das war, ich glaube, der, mit dem wir gekämpft haben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber lass es uns zu, komm schon. Und, ja, wir sind diesmal sogar schneller. Und ich glaube, der Schwarze ist einer der Besseren, oder? Weil, wenn nicht, haben wir ein Problem. Wenn nicht, haben wir ein riesiges Problem. Wir haben aber gewonnen mit unserem coolen Wikingerhut. Was auf jeden Fall sehr schön ist. Gehen wir zu dem hier. Lass mal schauen, ob wir den besiegen können. Oh shit, sogar runterklettern. Okay, das ist total. Komm schon. Fliegen. Das ist doch nicht, das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Wie viele Sachen denn noch? Jetzt klettern. Beim Klettern ist das sogar gleich schnell. Leute, das ist ein Scherz. Die sind alle richtig gut. Die sind alle so richtig gut. What? Okay. Wir müssen so hart sein hier, Leute. So hart. Also es gibt keine andere Option. Wow. Ey, jetzt ist Kletterlevel 81, okay? Jetzt kann man noch übertreiben. Ohne Scheiß. Ich meine, Klettern ist so gut gerade, aber das wird nicht reichen. Ich werde danach sogar ins Fliegentraining gehen müssen. Schon wieder! Leute, das kann doch nicht. Ich bin doch da drin. Oh mein Gott, ich check's nicht. Okay, wir sind zurück beim Fliegentraining, Leute. Beim Klettern sind wir jetzt über 80, was gut genug ist, denke ich. Zeit für ein Rematch. Keine Chance, okay? Wenn du mich schlägst, werde ich dir mein Ticket für das Turnier geben. Okay, komm schon. Komm schon. Bitte. Hä? Ich hab so hart trainiert. Okay, einmal bei jedem. Schau dich mal fliegen an, wie viel besser das jetzt ist, Leute. Fliegen alleine ist schon deutlich besser als davor, was sehr schön ist. So ab Level 80 ist das schon ziemlich gut, Leute. Aber ist natürlich schwer. Aber Rennen. Mein Sprung, Dingsabum, ist jetzt nicht so gut. Aber wir haben das Ticket bekommen, was sehr schön ist. Und dann haben wir noch einen weißen. Ich weiß nicht, wie man fliegt. Okay, bla bla bla. Lauer jemand anderen zu, danke. Okay, Leute. Was? Level 0... Race Requirements Level 0 Flying. Warte mal, ich darf nicht fliegen. Kann ich wenigstens zum Turnier gehen? Ja, das geht. Weil, Leute, wenn ich Level 0 fliegen habe, ist es doch voll dumm. Dann muss ich ja Donald benutzen. Will ich gar nicht, Leute. Will ich wirklich gar nicht, okay? Let's go. Team Roberta. Komm schon, Roberta. Zeit fürs Klettern, Roberta. Du bist die Beste. Bitte zeig, was du drauf hast. Ja, Roberta sagt das ein bisschen. Ja, sie fliegt auch nicht so schnell. Ja. Ist ja alles Kacke, ne? Alles Kacke. Wirklich alles Kacke einfach nur. Wisst ihr, was ich verbessern werde? Ich werde Laufen verbessern, okay? Und Donald, nein, du wirst nicht trainiert. Ich will, dass du unnötig bleibst, okay? Roberta, du bist dann. Eigentlich muss Laufen immer Level 100 sein, weil Laufen ist ja das Wichtigste. Weil wir laufen bei jedem Rennen. Wir fliegen nicht bei jedem Rennen. Wir schwimmen nicht. Obwohl, schwimmen tun wir sowieso selten. Wahrscheinlich schwimmen wir aber nicht oft in der Eiswelt, weil es da einfriert. Oder das Wasser. Macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht. Aber ich denke schon. Und hier ist es so, dass... Also beim Laufen ist es so, dass wir überall laufen müssen, okay? Wir müssen halt laufen. So ist es halt eben. Zur Ziellinie oder was auch immer. Deswegen ist Laufen eigentlich Nummer 1 die wichtigste Disziplin der Welt. Beziehungsweise hier in dem Spiel. Laufen ist Level 94 gerade, Leute. Alter, es geht so schnell. Ja, ich denke, ich bin aber mit meiner Vermutung richtig. Sobald man Level aufsteigt, man sich schneller aufsteigt. Das heißt, von Level 80 bis Level 100 geht schneller als von Level 1 bis Level 20, glaube ich. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, die ganze Zeit. Und ich verstehe nicht, wieso es geht so schnell, nachdem ein paar Level erreicht hat. Warte mal, Leute. Ich glaube dann... Nein! Level 100! Geht es noch weiter? Geht es noch weiter, Leute? Ich glaube sogar, es wird noch weiter gehen. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall hier rein und gehen wieder ins Turnier. Denn ich glaube... Warte mal, haben wir hier noch irgendjemanden, mit dem wir Camp Rennen machen können? Außer gegen den Weißen. Weil gegen den wären wir nicht. Der kann ja nicht fliegen. Deswegen, wozu sollten wir? Wir werden natürlich Roberta benutzen. Sie hat gar nicht so viel Energie, oder? Viel Energie hast du noch, Roberta? Das ist meine Frage, die ich dir stelle. Ich weiß, was viel ist, Leute. Ich gehe mal kurz Energie holen. Ich glaube, das ging hier irgendwo, oder? Wo auch immer das ging. Keine Ahnung. Hier ging das. Click to buy. Okay. Dann kaufen wir ein bisschen Energie. Hast du jetzt mehr Energie? Ich glaube, ja. Also Energie kann man also kaufen anscheinend, oder? Ich glaube, ja. Okay, let's go. Komm schon, Roberta. Komm schon. Ich habe dich so hart trainiert gerade. Du bist so gut im Rennen. Du bist so gut im Klettern. Hey. Nicht schlecht, okay. Aber jetzt kommt gleich Fliegen. Jetzt kommt gleich Fliegen, Leute. Wow. Fliegen habe ich gar nicht so viel geübt. Wir sind trotzdem Erster. Sag mal, wird es jetzt eigentlich schwerer, oder wie sieht es aus? Ich glaube, es wird schwerer, Leute. Komm schon. Also, Klettern funktioniert. Laufen funktioniert auch. Fliegen. Ja, wenn, dann scheitert es am Fliegen. Es wird ein Fliegen scheitern. Also muss ich quasi... Oder was? Schwimmen sogar kurz. Für eine kurze Zeit. Ich muss Fliegen trainieren, Leute. Ja, Fliegen trainieren. Und dann erstmal sehen, was uns hier fehlt. Hier fehlt uns... Wow. Klettern ein bisschen. Oh mein Gott. Fliegen. Okay. Lauf, 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 lauf. Wir sind trotzdem gut dabei. Und wir schwimmen hier sogar. Schwimmen wir hier? Wow. Wir fliegen, laufen, keine Ahnung was. Und da habe ich eher Nummer 1 erreicht. Das heißt, einmal ungefähr Fliegen trainieren. Und dann haben wir gewonnen. Let's go, baby. Wir werden jetzt gewinnen, hundertprozentig. Erstes Rennen sollten wir ohne Probleme schaffen. Natürlich eigentlich. Weil wir haben es ja auch beim ersten Mal geschafft. Deswegen wieso jetzt nicht? Jetzt sind wir am Führen. Immer noch was sehr Schönes. Hier fliegen wir. Ja, wir sind definitiv schneller. Ich habe ja Fliegen einmal trainiert. Sollte aber reichen. Wir sind jetzt irgendwas mit Level 90 oder so am Fliegen. Also ziemlich geil. Jetzt kommt das zweite, wo wir verloren haben. Aber da fliegen wir halt sehr viel. Deswegen glaube ich, werden wir dieses Mal gewinnen. Ja. Hier fliegen wir nämlich sehr viel. Ja. Wir werden hier gewinnen dieses Mal. Sehr gut. Oh, schwimmen für eine kurze Zeit. Obwohl im Schwimmen sind wir ziemlich, ziemlich gut. Haben wir aber auch lange nicht mehr trainiert. Aber Schwimmtraining ist das Beste von allen, finde ich. Deswegen sind wir auch am höchsten da gewesen für eine lange Zeit. Oh, shit. Fliegen. Hier wird viel geflogen, so wie es aussieht. Naja. Hier geht es runter nach oben. Wow. Und wir haben das Turnier gewonnen. Yeah, Baby. Sehr gut. Der... Wo bin ich jetzt? Alter Schwede. Warte, hier gibt es Spring, ne? Damn. Schau euch mal die an. Alter Schwede, die sind alle gut im Springen. Kann das sein? Okay, wie auch immer. Ich werde die Folgen vorerst mal stehen lassen. Für mehr, da gleich. Lass einen Daumen nach oben da. Falls du es geschafft hast, schreibe... Ist das denn ein Mercedes Logo? Mercedes in die Kommentare. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye. Danke für deine Schauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und wenn du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und wenn du schon abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke für deine Schauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!